Ja, hallo. In diesem Video werde ich die Lösung der Bernoulli-Differenzialgleichung ganz ausführlich erklären. Falls ihr eine kurze Erklärung sucht, müsst ihr mein anderes Video gucken, das heißt Bernoulli-Differenzialgleichung in 10 Minuten. Gut, also wir erklären das jetzt ganz ausführlich, aber ich gebe erstmal so einen ganz kurzen Überblick. Also die Bernoulli-Differenzialgleichung gehört zu der Gruppe der nicht-linearen Differenzialgleichung. Und die Lösungsidee ist folgende. Ich nehme diese nicht-lineare Differenzialgleichung und durch eine geeignete Substitution überführe ich die in eine lineare Differenzialgleichung. Ja, die kann ich dann ganz einfach lösen. Da nehmen wir zwei Verfahren, die wir schon kennen, und zwar die Variablen-Trennung und die Variation der Konstanten. Also wir müssen noch zwei zusätzliche Verfahren anwenden. Allein mit der Substitution kommen wir nicht aus. Das ist ein alter Mathematiker-Trick. Wenn du ein neues Problem hast, dann versuche dieses neue Problem auf ein altes Problem zurückzuführen. Ja, das neue Problem ist, wir haben jetzt eine nicht-lineare Differenzialgleichung und wir führen dieses Problem auf eine lineare Differenzialgleichung zurück, indem wir eine geeignete Substitution machen. Ja, wobei wir diese Substitutionsformel nicht herleiten, sondern nur anwenden in diesem Video. Gut, dann beginnen wir jetzt mit den einzelnen Schritten. Beginnen wir erstmal hier mit der Klassifizierung der Bernoulli-Differenzialgleichung. Die Bernoulli-Differenzialgleichung ist eine nicht-lineare, gewöhnliche Differenzialgleichung erster Ordnung. Gut, also wiederholen wir erstmal das Wort nicht-linear. Das habe ich hier nochmal hingeschrieben. Was heißt nicht-linear? Ja, also eine Differenzialgleichung kann nicht-linear werden, wenn die gesuchte Funktion y oder eine Ableitung als Argument vorkommen. Also y ist ja hier die gesuchte Funktion. Ja, x ist die unabhängige Variable und y die gesuchte Funktion. Ja, und wenn die gesuchte Funktion y als Argument vorkommt oder eine Ableitung von y, ja, dann ist diese Differenzialgleichung nicht-linear. Ja, zum Beispiel, ich habe mal ein paar Beispiele für Terme aufgeschrieben, die eine Nicht-Linearität erzeugen. Zum Beispiel der Sinus von y oder die Wurzel aus der Ableitung von y oder wenn y das Argument der Exponentialfunktion ist. Oder wenn die zweite Ableitung das Argument der Kehrwertfunktion ist. Oder wenn die gesuchte Funktion y das Argument der Potenzfunktion ist. Ja, all das führt zu einer Nicht-Linearität. Dann sagt man, dann hat man eine nicht-lineare Differenzialgleichung. Ja, aber aufgepasst, wenn da sowas steht wie dreimal y, dann bewirkt das keine Nicht-Linearität. Sowas ist linear. Denn y ist hier nicht das Argument einer Funktion. Es gibt ja keine Multiplikationsfunktion oder sowas. Ja, also das ist in Ordnung. Aber wenn y das Argument einer Funktion ist oder die Ableitung das Argument einer Funktion ist, dann ist die Differenzialgleichung nicht-linear. Vorausgesetzt, ich kann diese Funktion hier nicht umstellen irgendwie. Gut, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die eine Nicht-Linearität erzeugt. Und zwar, wenn die gesuchte Funktion oder die Ableitung in Produkten oder Quotienten auftreten. Ja, also zum Beispiel, wenn die erste Ableitung mit der zweiten Ableitung multipliziert wird. Ja, das ist dann Nicht-Linear. Vorausgesetzt, man kann das nicht umformen. Ja, oder wenn die gesuchte Funktion mit der dritten Ableitung multipliziert wird hier. Ja, das ist auch Nicht-Linear. Ja, oder wenn die dividiert werden, dann auch. Ja, also die zwei Möglichkeiten gibt es. Wenn y oder eine Ableitung davon Argument einer Funktion ist oder wenn die Ableitung und die Funktion hier miteinander multipliziert werden oder dividiert werden. Ja, oder miteinander potenziert werden. Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber theoretisch führt das alles zur Nicht-Linearität. Gut, in unserem Fall haben wir also auch eine Nicht-Linear-Gewöhnliche Differentialgleichung. Ja, und die Nicht-Linearität, die steckt hier. Da ist nämlich die gesuchte Funktion y das Argument der Potenzfunktion. So wie hier, das ist dieser Fall hier. Den hatten wir ja hier, y hoch 3 als Beispiel. Ja, und das ist eben hier die Nicht-Linearität. Ja, und andere Nicht-Linearitäten kommen aber nicht vor in einer Bernoulli-Differentialgleichung, sondern nur genau diese. Ja, da darf auch nicht stehen y' hoch n, sondern nur y hoch n. Ja, ich habe also nur eine Nicht-Linearität und das ist eine Potenz der gesuchten Funktion y. Gut, dann ist das noch eine Differentialgleichung erster Ordnung, denn die höchste Ableitung ist hier die erste Ordnung. Hier steht zwar y hoch n, ja, aber das ist ja keine Ableitung, das ist ja eine Potenz. Da muss man aufpassen, das darf man nicht verwechseln. Wenn das eine Ableitung wäre, wären um das n-Klammern drum. Gut, dann ist es eine gewöhnliche Differentialgleichung, weil wir haben ja hier nur x und nicht x1, x2. Das heißt, wir haben nur eine unabhängige Variable. Gut, dann haben wir die klassifiziert. Noch eine kleine Anmerkung. Ich habe hier überall y geschrieben, beziehungsweise y'. Eigentlich müsste ich immer schreiben y' von x, damit ihr wisst, dass y von x abhängig ist. Genauso hier, da müsste ich schreiben, statt y müsste ich das hier schreiben, y von x. Hier auch, da müsste ich nicht schreiben y hoch n, sondern y von x hoch n. Ja, aber das macht kein Mensch. Ihr seht ja, wie lang dieser Ausdruck dann wird. Ja, man muss das aber im Kopf behalten, weil sonst macht man Fehler beim Ableiten und so weiter. Aber in diesem Video werde ich euch darauf hinweisen, an geeigneter Stelle werde ich euch erinnern, dass y' eigentlich heißt y' von x. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der Exponent, also dieses n hier. Hier steht ja y hoch n. Dieses n, das muss eine ganze Zahl sein. Und die sollte nicht 0 oder 1 sein. Ja, warum nicht? Gucken wir uns mal an, was dann passiert. Also ich habe das hier unten aufgeschrieben. Wenn dieser Exponent hier oben, dieses n, 0 ist oder 1, das habe ich hier dann mal hingeschrieben, dann steht da y hoch 0, beziehungsweise y hoch 1. Ja, und y hoch 0 ist 1, das fällt weg. Und dann habe ich eine lineare Differenzialgleichung. Ja, genauso hier, wenn ich y hoch 1 habe, dann kann ich das schreiben als y und dann kann ich die beiden y hier zusammenfassen. Das heißt, y kann ich aus diesem beiden Term ausklammern und dann habe ich auch wieder eine lineare Differenzialgleichung. Ja, und wenn ich schon eine lineare Differenzialgleichung erhalte in diesen beiden Fällen, dann brauche ich ja das ganze Verfahren nicht. Weil ich habe ja schon in der Vorbemerkung gesagt, das Verfahren ist dazu da, um eine nicht-lineare Differenzialgleichung in eine lineare zu überführen. Ja, aber wenn ich schon eine lineare habe, dann brauche ich ja das Verfahren nicht. Und außerdem habe ich ja dann auch keine Bernoulli-Differenzialgleichung mehr. Denn die ist ja nicht linear. Gut, das als Vorbemerkung und Klassifikation der Differenzialgleichung. Achso, eins habe ich noch vergessen. Dieser Exponent n hier, der kann theoretisch auch aus der Menge r sein, also eine reelle Zahl. Dann muss ich allerdings Einschränkungen machen, zum Beispiel hier nur, da habe ich nur positive Funktionen nehmen. Sonst ziehe ich ja hier die Wurzel aus einer negativen Zahl. Also kann man auch machen, ist aber kompliziert, machen wir hier nicht. Habe ich so auch noch in keinem Lehrbuch gesehen. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Dann sind wir mit der Klassifikation fertig hier oben. Und dann beginnen wir jetzt mit den ersten Schritten. Der erste Schritt lautet, wir müssen die Substitutionsgleichung aufstellen. Ja, ich erkläre das mal am Beispiel. Also das Beispiel steht hier oben. Alles was grün ist, ist unsere Beispielaufgabe. Und das ist auch eine Bernoulli-Differenzialgleichung. Und zwar diese Potenz hier, y hoch n, die wir hier haben, das ist dieses 1 durch y. Sieht zwar nicht aus wie eine Potenz, aber 1 durch y ist ja y hoch minus 1. Ja, also mein n hier ist minus 1. Und diese Zahl minus 1, die setze ich jetzt hier in diese Formel ein. Dann habe ich da stehen 1 minus minus 1 und das ergibt 2. Die Substitutionsgleichung lautet also z gleich y hoch 2. Habe ich hier hingeschrieben in grün. Ja, also mit dieser Formel, die muss man sich merken, die werden wir jetzt nicht herleiten, aber die werden wir anwenden. Ja, die muss man sich merken. Mit dieser Formel hier findet man immer die Substitutionsgleichung. Die lautet in unserem Fall z gleich y Quadrat. So, jetzt wollen wir ja in dieser Gleichung hier y und y' substituieren. Also muss ich die Formel nach y umstellen. Ja, da ziehe ich auf beiden Seiten einfach nur die Wurzel. Ja, oder anders ausgedrückt, ich potenziere mit 1 halb. Ja, dann erhalte ich diese Gleichung hier. Ja, y kann ich also schon mal hier substituieren, aber ich will ja noch y' substituieren. Ich will ja alles mit y weg haben und deshalb brauche ich noch y'. Ja, gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Ja, weil da machen manche einen Fehler. Ja, die sehen hier z hoch und halb und wollen jetzt y' berechnen, indem sie die Seite hier ableiten, und zwar mit der Potenzregel. Ja, aber die dürfen wir nicht anwenden, sondern wir müssen die Kettenregel und die Potenzregel anwenden. Denn dieses z hier ist ja keine Variable, sondern eine Funktion. Ja, da machen manche einen Fehler. Also wir müssen ja, wenn wir y haben und wir wollen y' haben, die rechte Seite ableiten. Ja, aber nicht wie üblich mit der Potenzregel, denn z ist eine Funktion. Ja, ich erkläre das mal, ich habe da was vorbereitet. Also ich habe nochmal diese Aufgabe hier hingeschrieben. Wir haben y, das ist z hoch und halb und suchen y' und da denken viele jetzt, da kann ich die Potenzregel anwenden. Ja, so wie in der Schule, da steht dann x hoch und halb. Ja, aber was da eigentlich steht ist, y von x ist z von x hoch ein halb. Ja, also dieses z hoch ein halb ist eigentlich z von x hoch ein halb. Also eine verkettete Funktion. Z von x ist die innere Funktion und ein halb, das ist die äußere Funktion, diese Potenzfunktion hoch ein halb. Ja, und wenn ich eine verkettete Funktion habe, kann ich nicht die Potenzregel anwenden, sondern die Kettenregel. Die habe ich euch nochmal hingeschrieben. Wenn ich eine verkettete Funktion habe, hier ist g die äußere Funktion und f die innere Funktion. Und ich will diese verkettete Funktion ableiten, da muss ich die äußere Funktion ableiten und als Argument die innere Funktion nehmen. Und da muss ich das Ganze noch mit der Ableitung der inneren Funktion multiplizieren. Ja, die kennt ihr aus der Schule, die Kettenregel. Gut, dann wenden wir die mal an. Also ich habe hier z hoch ein halb. Da muss ich erstmal die äußere Funktion ableiten. Das sagt mir die Kettenregel, dieses g' bilden. Ja, und die äußere Funktion ist die Potenzfunktion. Aber wenn ich die ableite, bedeutet das, ich muss den Exponenten vor dieses z schreiben. Ja, das habe ich hier gemacht und den Exponenten um 1 erniedrigen. Aus ein halb wird also minus ein halb. So, dann sagt die Kettenregel, ich muss hier noch multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion. Die innere Funktion heißt z von x. Dieses z ist ja eigentlich z von x. Ja, und abgeleitet, wenn ich z ableite, erhalte ich z'. Ja, und so komme ich eben hier auf diese Ableitung. Nicht mit der Potenzregel, sondern mit der Kettenregel. Wobei man innerhalb der Kettenregel nochmal die Potenzregel anwenden muss. Das ist schon klar, ne? Ja, aber die Potenzregel allein reicht hier nicht, weil z eben, wie gesagt, das muss man sich merken, da fallen die meisten drauf rein. Z ist keine Variable, z ist eine Funktion. Gut, dann sind wir hier fertig und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Also, wir haben hier jetzt folgendes gemacht. Wir haben y und y' berechnet. Ja, und jetzt können wir diese Substitution hier durchführen. Wir haben also alles zusammen. Und das machen wir jetzt hier in diesem Schritt. Und dann haben wir schon sozusagen unser Ziel erreicht. Wir haben eine lineare Differenzialgleichung und der Rest ist Wiederholung. Gut, wenn ich jetzt dieses y und dieses y' die beiden Dinge, die ich hier berechnet habe, hier oben einsetze, dann kommt nicht sofort eine lineare Differenzialgleichung heraus, sondern ich muss die noch so ein bisschen umformen, ein bisschen vereinfachen. Und deshalb habe ich das mal extra hier auf einen Zettel geschrieben. Also, wir haben y und y' berechnet. Die habe ich jetzt hier nochmal hingeschrieben. Und die sollen eingesetzt werden hier oben in die Bernoulli-Differenzialgleichung. Die habe ich hier nochmal in blau hingeschrieben. Ja, und das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. Gut, also zunächst einmal habe ich hier y', das hatten wir berechnet, das setze ich da ein. Das ist ein halb mal z mal hoch minus ein halb mal z'. Halb mal z hoch minus ein halb mal z'. Ja, dann kommt hier y, das haben wir berechnet, das ist z hoch ein halb. Also schreibe ich hier ein z hoch ein halb. Dann kommt ein gleicher Zeichen, das übernehme ich. Dann kommt 1 durch y, aber y ist ja z hoch ein halb. Also schreibe ich 1 durch z hoch ein halb. 1 durch z hoch ein halb. Und dann kommt noch Cosinus x, das übernehme ich nur. So, und nachdem ich das eingesetzt habe, sollte ja jetzt eine lineare Differenzialgleichung herauskommen. Aber die ist noch nicht linear. Die muss ich noch so ein bisschen umformen. Zum Beispiel steht hier z' mal z. Also eine Ableitung mal die gesuchte Funktion. Da haben wir gesagt, sowas ist nicht linear. Ja, außerdem ist z hoch minus ein halb auch nicht linear. Ja, also die ganzen Nicht-Linearitäten muss ich da rausbekommen. Ja, aber das ist ganz einfach. Da multipliziere ich die Gleichung erstmal mit 2. Dann, also jeden der 3 Summannen. Ich habe hier 1 Summann, 2 Summann, 3 Summann. Ich multipliziere die Gleichung erstmal mit 2. Dann fällt dieses 1 halb hier weg. Das ist jetzt hier weg. Hier erhalte ich dann 2 mal z hoch ein halb. 2 mal z hoch ein halb. Aber wenn ich die rechte Seite mit 2 multipliziere, da schreibe ich die 2 am besten vor das Cosinus. So, und jetzt multipliziere ich, das ist jetzt die große Vereinfachung, jetzt multipliziere ich die Differenzialgleichung mit z hoch ein halb. Beide Seiten mit z hoch ein halb, also jeden der 3 Summannen. Das habe ich hier im Blau gemacht. Da habe ich den ersten Summannen hier mit z hoch ein halb multipliziert. Das habe ich in die Mitte geschrieben. Dann den zweiten Summannen, das ist dieser, den habe ich hier auch mit z hoch ein halb. Und die rechte Seite, die habe ich auch mit z hoch ein halb multipliziert. Da habe ich dieses z hoch ein halb in den Nenner reingeschrieben. Hier. Und durch diesen Trick fallen alle Nicht-Linearitäten weg. Fangen wir mal hier im ersten Summannen an. Da haben wir ein Produkt von zwei Potenzen. Und zwei Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Das sagt das erste Potenzgesetz, was ihr aus der Schule kennt. Also die Exponenten addieren und minus ein halb plus ein halb ergibt 0. Und z hoch 0 ergibt 1. Das heißt, diese beiden Faktoren fallen weg. Da bleibt nur z' übrig. Hier passiert so etwas Ähnliches. Ich habe hier wieder zwei Potenzen mit gleicher Basis. Und die werden multipliziert, wie ich gerade erklärt habe, indem man die Exponenten addiert. Ein halb plus ein halb ergibt 1. Ich habe also zweimal z hoch 1. Zweimal z hoch 1 oder kurz zweimal z. Auf der rechten Seite der Gleichung, da ist es noch besser. Da kürzt sich hier der ganze Bruch weg. Da steht hier oben und unten das Gleiche. Da bleibt nur zweimal Cosinus x übrig. Und das ist jetzt eine lineare Differenzialgleichung. Könnt ihr ja drüber gucken. z beziehungsweise z' kommt in keiner, ist nicht das Argument einer Funktion. Und die Funktion oder Ableitung, die werden auch nicht miteinander multipliziert oder dividiert. Ja, ist also eindeutig eine lineare Differenzialgleichung. Ja, und deshalb steht da auch Hurra. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine lineare Differenzialgleichung erhalten. Und die können wir schon lösen. Das ist sozusagen Routinearbeit. Ja, aber das ist zwar Routinearbeit, aber das ist der größte Teil der Rechnung. Dummerweise. Das heißt, ab jetzt kommt nur noch Routinearbeit. Und dann sind wir fertig. Gut, dann beginnen wir mit der Routinearbeit. Wir lösen jetzt diese lineare Differenzialgleichung. Das kennen wir schon. Und zwar sehen wir ja, dass die inhomogen ist. Die rechte Seite hier bewirkt die Inhomogenität. Und da machen wir Folgendes. Wir lösen zunächst einmal den homogenen Teil. Das heißt, wir machen diese Differenzialgleichung homogen. Wir stellen uns vor, die rechte Seite wäre gleich 0. Und dann haben wir diese Differenzialgleichung hier. Also den sogenannten homogenen Teil. Und den lösen wir erst mal. Darauf baut dann die endgültige Lösung auf. Gut, fangen wir mal an. Also wir lösen erst mal den homogenen Teil. Wie gesagt, der laute z' plus 2 mal z gleich 0. Und das erste, was wir machen, ist, wir schreiben dieses z' ausführlich. z' ist ja eine Funktion von x. Also können wir schreiben dz nach dx. Das ist die ausführliche Schreibweise für z'. So, jetzt müssen wir diese beiden Differenziale auf die beiden Seiten verteilen. Dazu bringen wir zunächst einmal diese 2z auf die andere Seite. Und danach dieses dx. Indem wir die Gleichung mit dx multiplizieren, dann haben wir das hier. Und wenn dann dieses dz auf einer Seite steht und dieses dx, dann kümmern wir uns um die Variablen. Da gucken wir, hier steht ein z. Das muss rüber zu den dz, da gehört das dazu. Also dividieren wir die Gleichung durch z. Das habe ich hier gemacht. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben durch Umformung geschafft, dass alle Terme mit z auf einer Seite stehen und alle Terme mit x auf der anderen. Wobei hier nur ein Term mit x zu sehen ist, nämlich dx. Und wenn man diese Variablen so getrennt hat, das Verfahren heißt ja Variablen-Trennung, dann kann man beide Seiten integrieren. Auf der linken Seite ist das einfach. Da gucke ich einfach ins Tabellenbuch. Das Integral von 1 durch z ist ln von Betrag von z. Plus eine Integrationskonstante. Und wenn ich minus 2 integriere, nach der Potenzregel erhalte ich minus 2x. Wieder plus eine Integrationskonstante. So, jetzt bringe ich alle Integrationskonstanten auf die rechte Seite. Das heißt, dieses c1 bringe ich rüber. Das wird hier auf der rechten Seite zum minus c1. Und jetzt fasse ich die beiden Integrationskonstanten zusammen zur Integrationskonstanten c3. Die sind ja wahlfrei, also kann ich die auch zusammenfassen. So, jetzt stört mich dieses ln, denn ich suche ja die Lösung und die heißt z. Also erhebe ich beide Seiten der Gleichung in den Exponenten der e-Funktion. Das habe ich hier gemacht. Aus ln Betrag von z wird e hoch ln Betrag von z. Und die rechte Seite rutscht auch in den Exponenten der e-Funktion. Und dadurch heben sich jetzt auf der linken Seite die e-Funktion und die Logarithmusfunktion auf. Die sind ja Umkehrfunktionen zueinander und da bleibt übrig Betrag von z. So, jetzt mache ich erstmal auf der rechten Seite weiter. Da gibt es ja ein Potenzgesetz. Nach diesem Potenzgesetz kann ich das auch so hier schreiben. Und jetzt löse ich diesen Betrag auf. Da muss ich also die Betragszeichen werden zu einem Plus Minus. Das wisst ihr ja, wie man Beträge auflöst. Da habe ich auch Videos drüber. Und jetzt fassen wir diese Konstante zu einer neuen Konstante zusammen. Da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. e hoch c3 ist ein Ausdruck, der ist immer nur positiv. Aber weil ich hier ein Plus Minus habe, kann der positiv und negativ werden. Also kann ich den zu einer Konstante c4 zusammenfassen. Allerdings muss ich aufpassen. Ich muss dahinter schreiben, c4 darf niemals 0 sein. Denn dieser Ausdruck hier kann niemals 0 werden. Die e-Funktion wird niemals gleich 0. Die hat keine Nullstelle. Auch mit dem Plus Minus nicht. Denn wenn ich das Minus nehme, dann habe ich eine negative e-Funktion. Und die ist dann immer negativ, aber auch nie 0. Deshalb musste ich hier hinschreiben, dass c4 niemals 0 sein darf. Ja, und dann habe ich es geschafft. Ich habe also durch Variablen-Trennung, durch das Verfahren Variablen-Trennung, schon mal den homogenen Teil gelöst. Das ist die Lösung des homogenen Teils. Gut, dann machen wir das wieder weg. Und jetzt machen wir weiter. Ja, wenn ich also jetzt den homogenen Teil dieser Differenzialgleichung hier oben gelöst habe, ich habe den homogenen Teil gelöst, dann muss ich die Inhomogenität berücksichtigen. Und das mache ich, indem ich ein Verfahren anwende, das nennt sich Variation der Konstanten. Ja, also den homogenen Teil habe ich schon gelöst. Den inhomogenen Teil muss ich berücksichtigen durch die Variation der Konstanten. Und das heißt, ich nehme hier in der Lösung des homogenen Teils diese Konstante und variiere die. Ich mache da eine Funktion draus. Ja, aus der Integrationskonstante c4 wird eine Funktion c4. Aus einer Konstanten wird eine Funktion, ja, eine Variable. Daher nennt man das Verfahren Variation der Konstanten. Ja, und das ist dann die Lösung dieser linearen Differenzialgleichung. Da muss ich einfach nur den homogenen Teil lösen und dann die Konstante variieren. Allerdings muss ich diese Konstante noch berechnen. Nützt ja nichts, wenn ich die nur hinschreibe. Gut, wie mache ich das? Da muss ich erstmal hier dieses z ableiten. Denn dieses z und z Strich, das muss gleich hier eingesetzt werden. Ja, aber machen wir das erstmal. Wir leiten das hier ab. Und ja, da müssen wir die Summen, die Produktregel benutzen. Aber das habe ich euch mal hier auch irgendwo aufgeschrieben. Da habe ich so eine kleine Nebenrechnung gemacht. Also wir haben dieses z hier. Die gesuchte Funktion, aber mit variierter Konstante. Die habe ich hier hingeschrieben. Und von diesem Ausdruck suchen wir hier die Ableitung. Ja, und da habe ich euch hingeschrieben. Das ist ja ein Produkt. Da muss man natürlich die Produktregel zum Ableiten benutzen. Und die lautet, wenn ich ein Produkt ableite, dann muss ich da den ersten Faktor ableiten, multipliziert mit den zweiten, plus den ersten Faktor multipliziert mit der Ableitung des zweiten. Ja, gut, machen wir das mal. Also das ist mein Produkt, mein U mal V. Da brauche ich erstmal die Ableitung des ersten Faktors. Die Ableitung hiervon. Das mache ich mit der Kettenregel. Da muss ich also die äußere Funktion ableiten. Das ist aber die E-Funktion. Die bleibt also gleich und multipliziert mit der Ableitung der inneren Funktion. Die Ableitung der inneren Funktion ist minus 2. Denn die innere Funktion ist minus 2x. Und mit dieser Ableitung der inneren Funktion, also mit minus 2, muss ich multiplizieren. Dann habe ich minus 2 mal e hoch minus 2x. Minus 2 mal e hoch minus 2x. Dann muss ich mit V multiplizieren. Das ist der zweite Faktor. Das ist C4 von x. Dann muss ich hier den ersten Faktor hinschreiben. Also e hoch minus 2x. E hoch minus 2x. Und multiplizieren mit der Ableitung des zweiten Faktors. Der zweite Faktor war C4. Also C4 ableiten. Dann erhalte ich C4 Strich. Äh C4 Strich von x. Genauer gesagt. Das habe ich hier hingeschrieben. Ja, also einfach die Produktregel anwenden. Wobei ich C4 von x natürlich nicht kenne. Da muss ich dann eben nur symbolisch ableiten. Da mache ich einfach nur einen Strich dran. Gut, dann sind wir hier fertig. Das als kleine Wiederholung. Falls ihr die Produktregel schon vergessen habt. Und dann haben wir es geschafft. Wir kommen zum nächsten Schritt. Schritt Nummer 3. Da machen wir folgendes. Wir nehmen die Ergebnisse aus den letzten beiden Schritten. Hatte ich ja gesagt. Wir haben Z und Z Strich berechnet. Und diese beiden, die setzen wir in die inhomogene lineare Differenzialgleichung ein. Da müsst ihr hier den grauen Pfeil folgen. Hier setzen wir die ein. Ja, also Z und Z Strich haben wir erst berechnet. Und jetzt setzen wir die hier ein. Und dadurch erhalten wir die variierte Konstante. Die war ja hier oben noch unbestimmt. Die haben wir nur einfach so angesetzt. Einfach hingeschrieben. Aber wir wollten die ja, wir müssen die ja noch bestimmen. Ja, also nochmal. Wir nehmen dieses Z und dieses Z Strich, was wir berechnet haben. Und setzen das hier ein. Und erhalten die variierte Konstante. Ja, aber weil das Einsetzen so ein bisschen kompliziert ist. Ja, da muss man nämlich was vereinfachen. Da habe ich da wieder eine Übersicht drüber gemacht. So, also das war hier. Wir hatten hier Z und Z Strich. Die habe ich hier nochmal hingeschrieben. Ja, und die müssen eingesetzt werden in die lineare Differenzialgleichung. In die inhomogene. Die hatten wir hier. Na, da steht sie noch unten. Die habe ich nochmal hier oben hingeschrieben. Damit wir immer nicht hin und her gucken müssen. So, und da setzen wir eben dieses Z und Z Strich ein. Fangen wir mal an. Wir haben hier Z Strich. Das ist dieser lange Ausdruck hier. Den müssen wir also erstmal hinschreiben. Da war minus 2 mal E hoch minus 2x. Minus 2 mal E hoch minus 2x. mal C4 von X mal C4 von X plus E hoch minus 2 mal X mal C4 Strich von X. Ja, dann sind wir hier. So, und jetzt kommt 2 mal Z. Ja, Z ist das hier. Und 2 mal Z ist dann 2 mal E hoch minus 2 mal Z mal C4 von X. 2 mal E hoch minus 2 mal X mal C4 von X. So, und dann kommen wir zur rechten Seite. Da steht Cosinus X. Das müssen wir glücklicherweise nur übernehmen. So, wenn wir das also da eingesetzt haben, ja, dann kommen wir jetzt zu einer Kontrollstelle. Hier muss sich nämlich fast alles wegkürzen. Da darf nur die Ableitung der variierten Konstanten übrig bleiben. Aber alle anderen Terme mit einer Konstanten müssen wegfallen. Na, und das ist hier der Fall. Wir haben hier drei Summanden und der erste und der dritte, die fallen weg. Ja, da bleibt nur dieser Term übrig. Habe ich hier nochmal sauber hingeschrieben. Gut, wir stellen erstmal nach der variierten Konstanten um, beziehungsweise die suchen wir ja, beziehungsweise wir haben ja noch die Ableitung. Ja, aber wir stellen erstmal nach dieser um. Das heißt, wir bringen das auf die andere Seite, die E-Funktion. Und dazu müssen wir durch die E-Funktion dividieren. Das dürfen wir, ja, denn die E-Funktion wird niemals zu Null. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht durch Null dividiert. Das kennt ihr aus der Schule. Ja, das habe ich hier gemacht. Und jetzt müssen wir uns an die Definition der negativen Exponenten erinnern. Wenn hier ein Minus im Exponenten steht, ja, dann kann ich das weglassen, muss dann aber den Term vom Nenner in den Zähler verschieben. Ja, habe ich hier gemacht und habe dann dieses Produkt erhalten. So, jetzt habe ich fast schon diese variierte Konstante, die suche ich ja, die hatten wir hier oben eingeführt, die suchen wir ja. Ja, die habe ich jetzt schon fast. Ich habe jetzt nämlich die Ableitung davon. Ja, und wenn ich jetzt noch einmal integriere, dann habe ich sie gefunden. Ja, die variierte Konstante, die wir suchen. Ja, allerdings die Integration, wenn ich beide Seiten der Gleichung integriere, die Integration hier auf der rechten Seite, die ist ganz schön schwierig. Ja, das ist ein Produkt und ihr wisst ja, Produkte sind immer schwierig zu integrieren. Ja, in der Differenzialrechnung gibt es ja eine Produktregel, in der Integralrechnung gibt es keine Produktregel. Ja, da gibt es nur Substitution, partielle Integration und Partialbruchzerlegung. Ja, aber eine Produktregel gibt es nicht. Und deshalb machen wir es folgendermaßen. Wir machen das mit einem Computer-Algebra-System. Oder ich mache es, ich zeige es euch gleich von Hand. Ja, dann müsst ihr aber zweimal partiell integrieren. Ja, gut, ich zeige es euch gleich, wie es geht. Keine Sorge. Ja, aber jetzt gebe ich euch erst mal das Ergebnis an. Und das Ergebnis, wenn ich hier die rechte Seite integriere, ist dieser lange Term. Ja, dann habe ich meine variierte Konstante gefunden. Ja, und das schreibe ich dann auch hier hin. C4, die variierte Konstante. Ja, das ist ein Fünftel mal die E-Funktion. E-Funktion, ein Fünftel mal die E-Funktion, mal diesen Sinus- und Kosinus-Ausdruck plus C. Das ist dieser Sinus- und Kosinus-Ausdruck hier plus ein C. Ja, also das habe ich nur hier übertragen. Gut, dann machen wir das jetzt mal wieder weg hier. Am Blick, wo geht das? So. Und jetzt hatte ich euch ja noch versprochen, dass ich euch diese Integration zeige. Ja, aber das mache ich auf einer Extratafel, weil das ist eine ganz lange Rechnung. Die habe ich hier mal hingeschrieben. Ja, also wir mussten gerade im letzten Schritt, gerade vor einer Minute, dieses Integral hier lösen. Ja, da hatte ich gesagt, das ist schwierig, das zeige ich euch in zwei Minuten. Ja, und da muss man also zweimal partiell integrieren. Die Formel für die partielle Integration habe ich zur Erinnerung hier nochmal hingeschrieben. Und die erste partielle Integration habe ich rot unterstrichen. Und die zweite partielle Integration, die ich gemacht habe, habe ich blau unterstrichen. Zuerst wird dieses Integral hier partiell integriert und dann dieses hier. Ja, gut, dann legen wir mal los. Also mein U' hier, das ist mein Cosinus von X und mein V, das ist hier E hoch 2X. Ja, also dieses Integral ist dieses Integral. Und jetzt wende ich diese Formel hier an. Also dieses Integral wird zu U. Gucke ich erstmal nach, was ist U? U ist die Stammfunktion von U' logischerweise. Also die Stammfunktion von Cosinus von X. Und da gucke ich im Tabellenbuch nach. Das ist Sinus X. Dann habe ich hier ein V. Ja, V brauche ich nicht berechnen. Das ist einfach der zweite Faktor des im gegebenen Integral. Also dieses E hoch 2X. Also schreibe ich das hier hin. Dann kommt Minus Integral. Minus Integral, das brauche ich nur übertragen. Dann kommt ein U. Was war das U? U haben wir schon mal gehabt. Das war hier der erste Term in der Lösungsformel. Das war dieses Sinus X hier. Also schreibe ich das nochmal hier hin. Ja, dann kommt hier dieses V'. V' haben wir noch nicht gehabt. Aber V' ist die Ableitung des zweiten Faktors im gegebenen Integral. Der zweite Faktor im gegebenen Integral ist E hoch 2 mal X. Ja, und ich suche die Ableitung. Wie finde ich die? Mit der Kettenregel wieder. Ja, also die äußere Funktion ableiten. Das ist die E-Funktion. Das heißt, die brauche ich nicht ableiten. Aber da muss ich ja noch nach der Kettenregel mit der Ableitung der inneren Funktion multiplizieren. Das ist die 2. Denn die innere Funktion heißt 2X und die Ableitung 2. Also habe ich 2 mal E hoch 2 mal X. 2 mal E hoch 2 mal X. Einfach Kettenregel anwenden. Ja, und schon ist die erste partielle Integration geschafft. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal hingeschrieben. Und dieses Integral hier blau unterstrichen. Weil mit diesem Integral müssen wir nochmal eine partielle Integration machen. Ja, gut. Fangen wir wieder an. Also erstmal, was ist was? Mein Sinus X ist jetzt dieses U' und 2 mal E hoch 2 mal X ist jetzt dieses V hier. Ja, und jetzt fangen wir an mit der Lösungsformel. Wir brauchen zunächst einmal wieder ein U. Ja, das ist die Stammfunktion vom gegebenen U'. U' ist Sinus X und die Stammfunktion davon ist Minus Cosinus X. Also schreibe ich hier Minus Cosinus X. Dann habe ich ein V. Das brauche ich nicht berechnen. Das ist der zweite gegebene Faktor. Also der zweite Faktor im gegebenen Integral. Das ist 2 mal E hoch 2X. 2 mal E hoch 2X. So, dann kommt hier Minus Integral. Minus Integral. Dann kommt das U. Das U hatten wir schon gehabt. Das ist der erste Faktor in der Lösung. Ja, also dieses Minus Cosinus. Also schreibe ich das Minus Cosinus nochmal hin. Ja, und dann kommt dieses V' V' wäre die Ableitung vom zweiten gegebenen Faktor. Der zweite gegebene Faktor ist das hier. Und davon die Ableitung. Wie mache ich das? Ja, mit der Kettenregel. Also erstmal der konstante Faktor 2 bleibt stehen. Den beachten wir erstmal nicht. Ja, und diesen Term machen wir mit der Kettenregel. Ja, so wie gerade. Da wird also wieder die 2 hier vor die E-Funktion gezogen. Denn dann habe ich 2 mal 2, also 4 mal die E-Funktion. Und das schreibe ich hier hin. Ja, und schon habe ich auch die zweite partielle Integration gelöst. Und der Rest ist ganz einfach. Da muss ich nur die Klammer auflösen. Dann bin ich fertig. Ja, machen wir mal. Also wir haben hier eine 4 und ein Minuszeichen. Also Minus 4. Und konstante Faktoren kann man ja vor das Integral ziehen. Also ziehe ich Minus 4 hier vor. Und weil da schon ein Minus steht, habe ich dann Minus Minus 4. Und das ergibt Plus 4. Ja, so, jetzt mache ich weiter. Jetzt löse ich hier die eckige Klammer auf. Die fängt hier an und hört hier hinten auf. Ja, und in der eckigen Klammer stehen zwei Summanden. Einmal und zwei. Und ihr wisst ja, steht ein Minus vor der Klammer, drehen sich alle Vorzeichen um. Also hier wird ein Plus draus. Das habe ich hier. Und aus dem Plus wird ein Minus. So, und jetzt sehe ich, dass jetzt die wesentliche Vereinfachung kommt. Ich habe nämlich zwei Integrale noch hier. Einmal dieses und einmal dieses. Und die sind gleich. Ja, ich habe hier einmal dieses Integral und hier habe ich Minus 4 mal dieses Integral. Also bringe ich alle Integrale auf die linke Seite, indem ich hier Plus 4 mal das Integral rechne. Also auf beiden Seiten. Dann habe ich hier 5 mal das Integral. Ja, also die Integrale sind gleich, kurz gesagt. Und deshalb kann ich die beide zusammen auf die linke Seite bringen. So, jetzt vereinfache ich auf der rechten Seite. Da habe ich zwei Summanden. Und in jedem steht e hoch 2 mal x. Ja, also klammere ich das aus und erhalte hier diesen Term. Ja, jetzt bringe ich noch die 5 auf die andere Seite. Die wird dann zu 1 Fünftel. Ja, und schon habe ich mein Integral gelöst. Ja, dieses Integral hier oben. Cosinus von x mal e hoch 2 mal x. Cosinus von x mal e hoch 2 mal x. Dieses Integral hat diesen Wert hier. Gut, das war die Nebenrechnung. Hat zwar gar nichts mit unserem Thema zu tun, aber ist immer schön, wenn man mal wieder das Ganze wiederholen kann. Ja. Ja, und jetzt machen wir weiter. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder reinarbeiten, wo waren wir stehen geblieben. Also wir hatten hier z und z' berechnet. Ja, hatten beide zusammen dann eben Schritt 3 hier eingesetzt und die variierte Konstante erhalten. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, der letzte hier. Diese variierte Konstante aus dem Schritt 3 setzen wir im Schritt 4 hier oben ein. Ja, das war ja hier die Gleichung, wo erst einmal die variierte Konstante aufgetreten ist. Und die haben wir ja jetzt hier berechnet. Ja, und die können wir jetzt im letzten Schritt hier oben einsetzen. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen länger, deshalb habe ich da mal wieder was vorbereitet, so eine kleine Tafel. Ich habe also die variierte Konstante hier, c4 von x, die wir im Schritt 3 erhalten haben, hier nochmal hingeschrieben. Und die wird hier eingesetzt hier in die allgemeine Lösung des homogenen Teils mit variierter Konstante. Diese habe ich hier nochmal hingeschrieben. Also da muss hier c4 von x eingetragen werden. Dieser Ausdruck hier muss hier rein. Können wir ja mal machen. Also wir haben hier z, das ist dieses z. Dann haben wir e hoch minus 2 mal x, das ist das hier. Und jetzt kommt hier diese Konstante, die steht ja hier oben. Ja, die schreibe ich in die eckige Klammer. Das ist ein Fünftel mal e hoch 2x mal Sinus x plus 2 mal Cosinus x, Sinus x plus 2 mal Cosinus x plus c, plus c. Ja, und diesen Ausdruck muss ich vereinfachen. Gucken wir mal erst, was habe ich da. Da habe ich also eine Klammer, die ich auflösen kann. Die geht von hier bis hier. Und da stehen zwei Summanden drin. Der erste beginnt hier und geht bis hier. Und der zweite Summand ist einfach nur dieses c. Ja, also zwei Summanden, der lange, ganz lange und das c. Und diese Klammer multipliziere ich jetzt aus. Da habe ich also e hoch minus 2 mal x. Das multipliziere ich mit diesem Term. Und da heben sich die beiden e-Funktionen auf. Ja, denn das haben wir vorhin schon gehabt. Wenn ich zwei Potenzen mit gleicher Basis multipliziere, dann addiere ich die Exponenten. Ja, das sagt das erste Potenzgesetz. Und minus 2x plus 2x ergibt 0 und e hoch 0 ist 1. Ja, das heißt, die beiden löschen sich aus. Und da bleibt übrig ein Fünftel mal Sinus x plus 2 mal Cosinus x. Ja, also ein Fünftel mal Sinus x plus 2 mal Cosinus x. So, jetzt geht es weiter mit Ausmultiplizieren. Ich muss ja noch mit den zweiten Summanden ausmultiplizieren. Da habe ich e hoch minus 2 mal x mal c. Habe ich hier geschrieben e hoch minus 2 mal x mal c. Ja, und dann habe ich es gefunden. Was ist das jetzt? Das ist die allgemeine Lösung. Ich gehe mal wieder zurück. Die steht ja hier unten. Da unten habe ich sie ja hingeschrieben. Das ist die allgemeine Lösung der linearen Differenzialgleichung hier. Ja, also noch nicht der Bernoulli-Differenzialgleichung. Wir haben ja noch nicht zurücksubstituiert. Aber das ist jetzt schon mal die allgemeine Lösung der linearen Differenzialgleichung hier. Also wir stehen kurz vor dem Ziel. Ja, jetzt muss ich nämlich nur noch eine Sache machen. Ich muss diese Lösung hier wieder zurücksubstituieren. Also dieses z. Und aus diesem z wird wieder y Quadrat. Das sagt mir hier die Substitutionsgleichung. Ja, die sagt ja, z ist das gleiche wie y Quadrat. Steht ja hier. Ja, also kann ich dieses z hier schreiben als y Quadrat. Und die rechte Seite wird einfach nur übernommen. Ja, und jetzt brauche ich nur noch umstellen nach y. Das heißt auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Und dann habe ich schon die Lösung gefunden. Die Lösung der Bernoulli-Differenzialgleichung. Ja, das Beste ist, ihr übt das an weiteren Beispielen. Dazu könnt ihr diesen Programmablaufplan benutzen. Und zwar die blauen Pfeile geben euch an, in welcher Reihenfolge ihr diese Schritte abarbeiten müsst. Also erst hier runter und dann hier rüber, dann hier und hier. Und diese kleinen grauen Pfeile zeigen immer die Gleichung an, in der man die betreffenden Werte einsetzen muss. Also zum Beispiel dieses n muss in diese Formel rein. Und y und y' müssen hier oben in die Bernoulli-Differenzialgleichung rein. Die variierte Konstante muss hier oben rein, in die allgemeine Lösung des homogenen Teils mit variierter Konstante. Und z und z' die wir hier berechnet haben, hier und hier, die müssen hier in die lineare Differenzialgleichung rein. Ja, also das ist sehr übersichtlich. Man sieht immer direkt, was wo rein muss. Nehmt euch mal einfach eine Aufgabe und macht das hier. Ja, und kleiner Tipp, an dieser Stelle müsst ihr ja immer eine Integrationsaufgabe lösen. Ja, aber die hat ja jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Da kann man dann zum Beispiel auch mit Wolfram Alpha mal eben sich das Integral ausrechnen lassen. Ja, und man kann auch Folgendes machen, das würde ich machen. Immer mal so Zwischenschritte nachrechnen lassen von Wolfram Alpha oder vom anderen Computer-Algebra-System. Gibt es ja auch online, Wolfram Alpha. Könnt ihr einfach kostenlos eintippen, dann rechnet er das aus. Ja, nicht, dass er dann, sag ich mal, zwei Stunden rechnet und dann merkt er, da habt ihr irgendwo einen Fehler gemacht. Ja, und dann müsst ihr alles nochmal rechnen. Ja, lieber so kleine Zwischenergebnisse machen. Zum Beispiel, wenn ihr ja hier den homogenen Teil löst, einfach mal überprüfen lassen. Ja, dann wisst ihr schon mal, da ist kein Fehler drin. Und nicht erst das Endergebnis überprüfen lassen. Ja, das war es erstmal. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.